Dass es eine spielstarke Mannschaft ist, obwohl es tabellemässig sehr schlecht ansteht, das hat auch die Analyse der letzten Matches, die wir geschaut haben. Es ist eine Mannschaft, die versucht, Fussball zu spielen, die nicht nur blind den Ball nach vorne schiesst. Die haben natürlich die letzten vier Matches verloren. Und wenn du verlierst, ist es nicht immer gut für eine Mannschaft. Das ist klar für Selbstvertriebe. Aber es ist eine Mannschaft, die 90% der Match gleich gespielt hat. Eine ähnliche Grundordnung, sehr kompakt steht. Und das erwarte ich euch, dass es auf jeden Fall kein einfaches Spiel ist. Das ist ja klar, es gibt es keine. Aber eine Mannschaft, die relativ kompakt steht.